Hallo lieber Rolf. Hallihallo Alex. Ich habe heute mal ein, wusstest du schon, ein kleines zumindest. Und aus unserer Sicht der Aufnahme war gestern ja hier der große Star Wars Day. Und da habe ich jetzt mal was rausgesucht, was du vielleicht noch nicht weißt. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vielleicht auch noch nicht. Hallo erstmal. Hallihallo. Und das wäre, ich lese das mal so vor, wie es hier steht. Wenn eine Filmsaga es mittels Zitaten, Charakteren und Outfits zum Kulturgut schafft, wird auf Details geachtet. Natürlich auch bei den Sounds. Und hier geht es um Chewbacca. Chewbaccas tierische Wookiee-Stimme. Weißt du, wo die ihren Ursprung her hat? Vom Wookiee-Heimatplaneten. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Die kommt tatsächlich aus dem Tierreich und ist ein Mix der Laute von Bären, Waldrössern und Kamelen. Okay, das ist mal eine bunte Mischung. Ja. Fand ich irgendwie nett. Vor allem, ja, wenn man es so weiß und so liest, dann kann man auch dieses Kamel raushören, finde ich. Stimmt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja. Dieses Öl. Ist schon sehr kamelig. Ja, das war ja bei Jurassic Park auch so, dass die für die Dinosaurier, ich glaube sogar, Paarungsgeräusche genutzt haben. Teilweise, oder? Auf jeden Fall war das eine ganz wilde Sache dort. Es ist sowieso lustig mit den Sounds. Es gibt ja zum Beispiel die T-Fighter, weißt du, wie das entstand? Nee. Okay, da haben wir, bei den T-Fightern griffen die Filmemacher auf das Tröten von Elefanten zurück. Kombiniert, Moment, kombiniert mit einem auf dasem Asphalt fahrendem Auto. Krass. Auf so eine Kombi musst du erst mal kommen. Ja, da frage ich mich echt, wie da so die Assoziationskette aussieht, dass man sagt, das kombinieren wir damit. Das ist witzig. Man sitzt dann so am Tisch und denkt sich, wie könnte jetzt so ein T-Fighter klingen? Okay, wir nehmen ein Elefant und ein Auto. Ich weiß auch nicht, also wie kommt man da drauf? Ja, das ist interessant. Da scheint mir, also das habe ich zumindest halt mal in so einer Doku gesehen, die Herleitung des Geräuschs von den Lichtschwertern einleuchtender, denn das war ja wahrscheinlich eher so zufällig. Irgendwie, wenn man mit einem elektrischen Gerät über so einen alten Fernseher geht, dann hat der halt so ein Geräusch gemacht. Ja, okay. Ja. Ja, das ist ja noch irgendwie nachvollziehbar. Aber Elefant und Auto, weiß ich nicht. Ja, sowas müsste eigentlich auch, also dafür müsste es doch einen Preis geben. Ich meine, es gibt den Preis für den besten Tonschnitt und, na, gibt es eigentlich den besten Ton, oder? Ja, ich glaube, die haben bestimmt, die haben bestimmt einen Tonpreis bekommen. Ich weiß es nicht, ich google jetzt mal nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, wusstest du schon. Das freut mich. Weil ich es nämlich noch nicht wusste. Genau, ja eben. Ja, was hast du denn heute so Schönes auf dem Schlemmertablett? Ja, also einmal die herzliche Entschuldigung oder die demütige Entschuldigung, dass ich dich gar nicht beglückwünscht habe gestern zum internationalen Star Wars Tag. Ich habe einigen eine Nachricht geschrieben, aber dir irgendwie nicht. Ja, warum wohl, ne? Ja. Ich fand ja deinen April-Scherz ziemlich gelungen, den du auf deinem Kanal gemacht hast, zum 1. April. Meinst du den von letztem Jahr? Ich meinte den eigentlich von diesem Jahr, wo du gesagt hast, es gibt irgendwie, wie war das, Star Wars und Star Trek spielen im selben Universum oder irgendwie so. Ja, okay, stimmt, das war dieses Jahr, so Crossover. Ist auch immer wieder lustig, eigentlich sind ja April-Scherze, also ich, das ist schon der zweite, der eigentlich richtig stumpf ist, also so richtig offensichtlich eigentlich. Aber es gibt trotzdem Leute, ich weiß nicht, die denken in dem Moment nicht an den 1. April und das finde ich immer ganz witzig, sodass sie dann da wirklich, wirklich auch noch drauf eingehen. Das finde ich irgendwie nett. Ja, das finde ich auch cool. Da frage ich mich manchmal, ob die das mit Absicht machen oder ob das einfach, na gut, manchmal ist es ja auch so, dass du schnell etwas schreibst und schnell reagierst und dann gar nicht reflektierst. Ja, die sehen dann so einen seriösen Kanal wie mein und glauben das natürlich, was da steht. Ja. Und werden dann bitter enttäuscht. Ich glaube, bei mir waren auch letztes Jahr, ich habe dieses Jahr, glaube ich, keinen richtigen April-Scherz gemacht. Ich habe sowas irgendwie zum April gepostet, aber es war kein Scherz. Okay. Aber letztes Jahr habe ich einen gemacht und habe gesagt, Filme haben doch keine Zukunft. Das Theater, das ist richtig und ich heiße ab jetzt Rolfs Theaterkritiken. Extra neues Logo dafür erstellt. Ich erinnere mich noch, ja. Das glaube ich auch bei niemandem drauf reingefallen. Das weiß ich nicht. Wobei, ich würde es dir wahrscheinlich auch noch zutrauen. Ja, da gucke ich dann wahrscheinlich doch zu wenig Theater. Das erscheint dann zu selten Kritiken. Ja, das ist okay. Wegen Thema heute. Ich würde ja gerne über Teleportationen und die Transporter-Technologie sprechen. Da hatten wir letztens einen echt coolen, erhellenden Kommentar bekommen, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und wo ich dachte, Mensch, da könnten wir ja mal gemeinsam drüber nachdenken. Ja. Hast du noch ein Thema, welches du heute gerne einbringen möchtest? Bevor wir da richtig einsteigen. Ich habe einen Film mir nochmal angesehen, über den wir schon gesprochen haben. Und zwar habe ich mir die Fliege angeguckt. Ah, das ist ja geil. Cool. Ich glaube, den gab es jetzt bei Prime, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Da habe ich den Film entdeckt, dass ich den frei anschauen kann und dann habe ich mir das mal angetan. Was heißt angetan? Also es war ja so, ich bin da mit relativ wenig Erwartung dran, weil ich konnte mich ja nicht mehr so richtig an den Film erinnern. Ich weiß, dass er hier und da ein bisschen eklig war. Aber er war dann doch überraschend gut. Also ich habe mir den gerne von vorn bis hinten angesehen. Ja, das überraschend überrascht mich, weil ich dir ja gesagt habe, dass er gut ist. Also wie kannst du daran zweifeln? Ich kenne mich halt und das ist halt ein älterer Film und manchmal habe ich so ein bisschen meine Probleme mit so älteren Science-Fiction-Filmen. Aber nein, der war gut. Der hat mir Spaß gemacht. Das ist cool. Und musstest du dir zum Schluss die Augen zuhalten? Nee. Nee. Das war okay. In den Zeiten von Walking Dead und Co, ne? Das ist halt, ja. Ja gut, ja, stimmt. Wobei ich halt das Ende schon ganz schön krass finde. Und ich weiß nicht, ist dir denn beim Ende eine Träne über die Wangen geflossen? Irgendwie auch nicht. Schade. Wobei der Film einen ja schon so ein bisschen zwiegespalten zurücklässt. Einerseits so dieses Traurige. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte und die hat halt nicht funktioniert, weil der sich verwandelt. Und auf der anderen Seite, es war halt dann, ja, der sollte sich vielleicht auch wirklich nicht vermehren. Ja, das ist halt Liebe umbringen. Also, ja, aber wollte ich mal erzählen, dass ich mir den jetzt nochmal angesehen habe und fand es cool. Das ist schön. Ja, cool. Ich kann auch nur empfehlen, den zweiten mal zu sehen. Der ist natürlich nicht ganz so gut wie der erste. Aber er ist viel besser, als das gemeinhin bei zweiten Teilen so der Fall ist. Ich habe den gerne geschaut, weil der auch ein ganz cooles eigenständiges Thema hat. Sehr gute Schauspieler, ganz nette Effekte. Ist so ein bisschen untergegangen. Also, gerade im Vergleich zu dem allerersten Teil. Also nicht allerersten, denn die Fliege ist ja übrigens ein Remake von einem Film, der noch viel älter ist. Ja, stimmt. Da war das allerdings ein bisschen cheesy. Da hattest du halt wirklich einen Menschen, der halt eindeutig in einem Fliegenkostüm angezogen war. Ja, gut. Das wirkt dann etwas anders. Ja, wie gesagt, der zweite Teil auch noch ganz cool. Ja, freut mich, dass du den dir angeschaut hast. Genau. Und ich habe gehört, du hast auch was fertig angeguckt. Genau so ist es. Und ich werde spoilerfrei bleiben, so wie du letztens auch. Danke erstmal dafür. Und zwar Fallout, die Serie. Da habe ich jetzt die erste Staffel geguckt. Sie endet ja, das ist jetzt nicht, also keine Angst, ich spoilere wirklich nicht, aber sie endet ja so halb offen. Ja. Und ich hätte halt am liebsten direkt die zweite Staffel hinterher geguckt. Das war so cool. Also, dir hat es auch gefallen? Ja, mir hat es sehr, sehr gefallen. Okay. Und ich konnte halt auch nicht warten. Ich war bei meiner Freundin zu Besuch oder zu Hause und sie hat halt die letzten Folgen noch nicht gesehen. Aber ich wollte es unbedingt zu Ende gucken. Ich war so kurz davor. Ich habe gesagt, okay, pass auf, wir setzen jetzt zehn Minuten zusammen. Ich erkläre dir, was bisher passiert ist. Und dann habe ich das schnell erklärt und dann haben wir die letzten paar Folgen geguckt. Okay. Ja, gut. Okay. Ja, so kann man es auch machen. Ja, und vor allem die ganzen Anspielungen. Also, da kamen dann noch so Dinge. Ich hatte ja so zwei, drei kleine Fragezeichen im Kopf, was so die Lore der Vorlautspieler angeht, weil das für mich noch nicht beantwortet war. Zu dem letzten Zeitpunkt. Aber mit den letzten Folgen war das dann alles klar. Die nehmen das sehr, sehr ernst und die funktioniert halt super im Fallout-Kosmos. Und ich habe auch gelesen, dass ein paar Leute geschrieben haben bei uns in den Kommentaren, dass die sich jetzt Fallout extra nochmal geholt haben. Also, du hattest das ja gesagt in der Folge und dann kamen so zwei, drei Kommentare, wo es hieß, ja, ich will jetzt auch Fallout spielen. Ja, das finde ich auch ziemlich cool. Das Einzige an der Stelle, was man sagen muss, wer Fallout nicht kennt, fangt halt nicht mit Fallout 76 an. Ich glaube, das ist so der schlechteste Einstieg. Yes. An der Stelle vielleicht einfach nochmal gesagt, ja, also wenn dann Fallout 3 oder 4. Genau, oder halt New Vegas. Ich glaube, Fallout New Vegas ist ein sehr, sehr guter Einstieg, weil das ist angenehm komplex, hat eine super tolle Geschichte, tolle Charaktere, tolle Nebenquests, Hauptquests. Und ist halt viel, viel komplexer als Fallout 3. Man merkt, dass da ein anderes Studio am Werk war. Aber auch Fallout 3, toller Einstieg. Was vielleicht weniger gut ist für jemanden, der da nicht drinsteckt, ist Fallout 1 und 2. Ja. Auch wenn ich die sehr mag, aber man muss auch sagen, dass die Serie Fallout 1 und 2 weitestgehend ignoriert. Ja. Aber ist okay. Genau, so, dann viel Spaß da draußen mit Fallout noch, wer es noch nicht gesehen hat. Und wir reden über Teleportation. Genau. Genau. Da ist man natürlich sofort, also der gute Dirk, liebe Grüße, lieber Dirk und vielen Dank für die Kommentare. Hi Dirk. Da ist mir natürlich sofort das Thema Tuwix in den Kopf gekommen, wo es halt hieß, was passiert denn bei einem Transportunfall? Und das ist witzig, dass du halt jetzt auch die Fliege geguckt hast, denn da passiert ja auch so ein Teleportationsunfall, dass quasi zwei Spezies gekreuzt werden. Und dann hat etwas entsteht, bei dem man sich durchaus die Frage stellen kann, sollte man das Leben, was da entstanden ist, beenden? Oder ist es vielleicht sogar die Pflicht, das zu beenden? Genau. Ich hole noch mal ganz kurz die Leute da draußen ab, die jetzt mit Tuwix, mit dem Begriff, nichts anfangen können. Denn das kommt aus der Star Trek Welt, genauer gesagt Star Trek Voyager. Und da gibt es eine Folge, da ist eine Person namens Nelix, ein Außerirdischer und ein anderer Außerirdischer namens Tuwok, ein Vulkanier, so wie Spock, nur anders. Die sind auf dem Planeten, pflücken da so eine Pflanze, werden hochgebeamt und werden dann miteinander vermischt. Also es entsteht eine neue Person und aus Nelix und Tuwok wird Tuwix. Genau. Und die Folge ist auf jeden Fall dazu geeignet, am Ende eine Träne zu vergießen, denn die geht psychologisch relativ clever vor. Du hast ja ohnehin schon durch die ganzen vorhergehenden Folgen eine Bindung zu Nelix aufgebaut und auch eine Bindung zu Tuwok. Und dann kommt Tuwix, der eine eigenständige Persönlichkeit ist. Und der ist halt auch irgendwie, also ich fand den irgendwie cool, der hatte halt so diese Flippigkeit von Nelix und diese gesellschaftlichen Umgangsformen, aber war gleichzeitig so intelligent wie Tuwok, also best of both worlds sozusagen. Ja. Und dann baust du zudem eine Bindung auf und dann ist halt das Dilemma, ja, Nelix und Tuwok können nicht leben, solange Tuwix lebt. Und die waren aber zuerst da, beziehungsweise sind halt Teil der Crew, also müssen wir Tuwix töten, um Nelix und Tuwok quasi wieder zu beleben. Und diese moralische Frage drücke ich auf den Knopf, töte aktiv ein Leben, um zwei andere zu schützen, ist ja sozusagen die älteste Frage in der Philosophie. Ja, was mir zu dieser Folge auch noch einfällt, ist, dass diese zum Beispiel auch einer der nicht, also das war eine Folge, die auch vom Cast nicht so gemocht wurde, auch gerade von Kate Mulgrew, die Janeway gespielt hat und diese Entscheidung treffen musste in der Serie. Da weiß ich, dass das nicht so gut ankam und auch die Fanbase ziemlich spaltet. Und ich muss ja sagen, aus meiner Sicht, in dem Moment, in dem Tuwok und Nelix gebeamt wurden, sind die ja quasi auf eine gewisse Art gestorben. Beziehungsweise wurden dann eben zu einer neuen Figur. Und ich kriege es nicht weg, das aus dieser Sichtweise zu sehen, dass einfach das geschehen ist. Und für mich, also ich schaue mir diese Folge auch sehr ungerne an, weil ich den Schluss nicht verstehe und weil ich auch Janeway, den Charakter Janeway eigentlich nicht so einschätzen würde, bis zu dieser Folge. Dass sie so eine Entscheidung trifft und sagt, ja, ich kill den jetzt wieder, um die anderen zwei zu retten. Mir gefällt es nicht und ich glaube, ich hätte mich dagegen entschieden. Ich hätte, glaube ich, Tuwix sein lassen. Interessant. Ich finde, das ist gerade so die Stärke von Voyager und etwas, was auch nur in Star Trek Voyager funktioniert. Denn ich könnte mir einen Jean-Luc Picard nicht in der Situation vorstellen. Beziehungsweise würde ich sagen, der würde die Heiligkeit dieses Lebens, was da entstanden ist, so einschätzen, dass er moralisch das nicht mit sich vereinbaren könnte, das zu beenden. Also er würde quasi so handeln wie du wahrscheinlich. Und das ist eigentlich auch sternflottig, ja, dieser Gedanke. Und deshalb mag ich diese Folge, also in dieser Folge nicht, dass Janeway da auf den Knopf drückt, so bildlich gesprochen. Ganz schwierig. Ganz davon abgesehen, fand ich Tuwix auch so sympathisch, auch den Schauspieler. Ich hätte den einfach gerne weitergesehen. Ja, ich fand den auch übrigens nett. Der hat mir sehr gefallen. Ich finde halt, dass das halt typisch Delta-Quadrant ist für die Leute, die Voyager nicht gesehen haben. Die Voyager hat halt das Dilemma, dass die ganz, ganz weit weg von zu Hause ist. Und quasi einen Heimweg antreten muss, der eigentlich bei normaler Geschwindigkeit 700 Jahre oder so dauert. Oder halt ziemlich lang, oder über 100 Jahre, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall sehr lange. Ich glaube, 70 waren es. 70, okay. Das schneide ich raus. Nein, lass das drin. Ich muss hier auch mal glänzen. Ja, jedenfalls, die müssen halt sehr lange nach Hause. Und das führt dazu, dass die ab und zu mal auch ein paar Entscheidungen treffen müssen, die sie nicht treffen würden, wenn sie in der behüteten, normalen Sternflottenwelt wären. Also das beinhaltet zum Beispiel sowas wie, dass Janeway eben mit den Marquis-Mitgliedern an Bord irgendwie zusammenarbeiten muss. Die kann ja nicht einfach alle inhaftieren, weil das funktioniert halt nicht. Die muss da halt mit denen zusammenarbeiten, denn die sitzen alle im selben Boot. Oder da gibt es so eine ganz tolle Folge, Ein Jahr Hölle. Die hat mich auch sehr berührt, wo es halt echt darum geht, wie trifft man Entscheidungen in extremen Situationen. Und das hier ist halt auch eine extreme Situation, weil Janeway hat sich gedacht, naja, die beiden, die kenne ich halt. Das sind verlässliche Crew-Member. Und es sind halt auch zwei und nicht nur einer. Und ich brauche die beiden. Und ich brauche den Rat von Tuvok, denn Tuvok ist ja auch so einer der großen, also ist ja der Vertraute von Janeway, mit dem sie halt auch mal so strategische Entscheidungen besprechen kann, die jetzt nicht so vor allen anderen besprochen werden sollten. Und da hat sie sich gedacht, das ist jetzt einfach effizienter und nachhaltiger, wenn ich das so mache. Ja, aber Tuvix hätte das ja auch machen können. Also ist ja nicht so, dass das Wissen weg war. Ja, also es war ja von beiden das Wissen immer noch vorhanden und eigentlich nicht unbedingt ein Grund, jetzt diese Person zu vernichten, diese neue. Aber ich gebe dir recht mit der Tatsache, dass die Voyager eben im Delta-Quadranten war, also weit weg von zu Hause und keine Sternenflotte in greifbarer Nähe. Deshalb muss man halt Entscheidungen auf dem Schiff treffen, ohne Rücksprache und ohne, dass man sich beraten kann mit anderen Admiralts, Captains oder sonst was. Das ist schon richtig und das ist wahrscheinlich auch das Problem gewesen. Ich finde generell den Gedanken interessant, dass die Art unserer Entscheidung manchmal von den Rahmenbedingungen abhängt. Ja. Also das kommt manchmal darauf an, wie man sich fühlt, was man gegessen hat, wie es einem geht, was man gerade erlebt hat. Und dann natürlich auch sowas, in welchen Kosmos ich mich bewege, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Jemand, der, was weiß ich, in einem ostasiatischen Land lebt, wird vielleicht ganz andere Entscheidungen treffen als in Europa bei gleichen Bedingungen, weil man halt einfach ganz anders konditioniert ist, ganz andere kulturelle Hintergründe hat und so. Das spielt halt alles irgendwie eine Rolle. Das finde ich halt irgendwie interessant und das hat man in so eine Folge eingebettet. War ein cooles Szenario. Und was ich auch noch cool fand, war halt, dass der Doktor gesagt hat, also der Schiffsarzt hat gesagt, nein, ich drücke ja nicht auf den Knopf, ich habe einen hippokratischen Eid geschworen. Und Janeway ist ja die Entscheiderin und es fiel ihr sichtbar schwer, aber sie hat auf den Knopf gedrückt. Sie hat die Verantwortung übernommen, was ja auch sozusagen ihre Hauptaufgabe ist, Verantwortung zu übernehmen auf dem Schiff für alles. Und ja, das war krass. Ja, eine der Folgen, die mir, also die einem schnellen Erinnerung bleibt, wenn man Voyager mag und eigentlich auch nicht mag, wenn man Voyager anschaut. Ich glaube, das war eine Folge, die vergisst man halt nicht, weil die eben auch so, ja, so schwierig und so bitter, einen bitteren Nachgeschmack hatte. Ja, ein guter Kumpel von mir, der hat noch nie was von Star Trek geguckt. Und das Erste, was wir uns zusammen angeschaut haben, war halt diese Folge, weil ich habe gesagt, wenn du das irgendwie interessant findest in Teilen, dann ist Star Trek was für dich. Okay, und was hat er dann gemacht? Er ist eingeschlafen. Und das hat aber nichts über die Güte der Folge ausgesagt. Wir haben halt einfach die Nacht vorher durchgezockt und er war halt müde. Und bei mir genügt aber, Star Trek anzumachen, die Intro-Musik von Voyager zu hören und schon bin ich wach. Aber bei ihm hat das eben noch nicht gereicht, weil er da nicht so diese Nostalgie hat. Und er ist dann halt eben eingeschlafen. Ja, schade, okay. Aber er hat dann später, bestimmt ein Jahr später oder so, hat wirklich Voyager angefangen und war begeistert. Ah, okay. Ja, Voyager ist ja allgemein eher so die Serie, die nicht so gerne gesehen wird. Das stimmt, ja. Da habe ich ja auch immer wieder Diskussionen gehabt. Immer wieder, also was heißt Diskussion? Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man ist so der Außenseiter, wenn man sagt, man ist mit Voyager eingestiegen. Ja, das ist ja sehr untypisch in der Star Trek Welt, weil die meisten eben mit TNG oder der ganz alten Serie eingestiegen sind. Das ist wie wenn man jetzt sagen würde, ja, meine Lieblings-Star-Trek-Serie ist natürlich Discovery. Ja, aber ich finde es okay, wenn das jemand so sieht und wenn er Star Trek dadurch kennenlernt. Warum nicht? Warum soll ich das? Das mag ich immer, wenn wir jetzt schon dabei sind, das mag ich auch von manchen Menschen nicht. Ja, wenn einer sagt, es gibt ja diese Fälle, so etwas jüngere Menschen haben sich Discovery angesehen und fanden das einfach gut. Ja, haben das halt genossen, was sie da gesehen haben. Und dann kommt wieder so ein Hardcore-Star-Trek-Fan und sagt, ja, nee, du musst das andere gucken, weil das ist viel besser, weil Discovery ist voll scheiße. Warum machen das Menschen? Lass dem doch oder dieser Person doch seine Freude, wenn er Star Trek über Discovery für sich entdeckt. Ist doch völlig in Ordnung. So die Aussage, mein Geschmack ist besser als deiner, du musst mögen, was ich mag, ist sowieso halt immer so eine total subjektive Sache. Ja, ich glaube, dass die das noch nicht mal böse meinen, aber es kommt bei dem anderen, glaube ich, nicht gut an, bin ich mir ziemlich sicher. Ich freue mich halt über jeden, der zu Star Trek gelangt, weil die Kernbotschaft auch in Discovery vorhanden ist. Ja, sie ist vielleicht in weiten Teilen nicht gut und nicht gut umgesetzt und hat auch ihre Lücken, also auch Logiklöcher. Aber im Kern ist es trotzdem noch eine Message, die vermittelt wird, jetzt auch gerade in den neuen Staffeln. Wenn jemand darüber den Weg zu Star Trek findet, finde ich das schön. Ja, Amen. Genau. Ja, jetzt haben wir so ein paar ernste Sachen gesagt. Ich würde mal noch mal auf den Dirk zurückkommen. Der hat nämlich auch so zwei lustige Fragen gestellt. Die eine ist, könnte es sein, dass der Mörter aus Spaceballs, ihr erinnert euch, ich bin ein Mörter halb Mensch, halb Köter, was ja vielleicht auch so ein Tuwix-Unfall war. Das ist eine gute Frage, aber es lehnt sich ja ans Star Wars-Universum an und da gab es ja eigentlich keine Transporter. Nee, das stimmt. Ich erinnere mich nur irgendwie daran, dass Mel Brooks in seiner Rolle gesagt hat, ja, beamen, ist das etwa so wie ein Raumschiff-Entenscheiß? Mhm. Also ja, so das Typische. Und dann hat er sich gebeamt und ist natürlich schiefgegangen. Sein Hintern war dann plötzlich vorn und er sagt so, wieso hat mir niemand gesagt, dass ich so einen dicken Hintern hab? Und dann war die Pointe aber gewesen, dass der Ort, an dem er sich gebeamt hat, halt genau der Nachbarraum war. Das ist eine super Zeitersparnis. Okay, das ist so blöd. Ach, der Film ist toll. Ja. Und Mel Brooks lebt immer noch, das finde ich so beachtlich und ist immer noch, also macht er keine Filme mehr, aber er ist noch Theaterregisseur und das mit weit über 90. Also der Mann wird bald 100 und ist immer noch aktiv. Ich wusste gar nicht, dass der noch lebt. Ich dachte, der wäre schon, hui, jetzt muss ich mal kurz hier parallel mal kurz, oh, okay. 96. Ja, 96. Holy, okay, ja, krass. Ja, wenn du dir Bilder in Zeitraffer von ihm anguckst, so quasi als er 30 war, 40, 50 und halt bis jetzt, dann ist das so, als würdest du Käse beim Schmelzen zusehen. Das ist jetzt aber auch nicht gerade nett. Nein, das ist auch geklaut, das kam mal bei den Simpsons oder so vor. Okay. Ja, aber der hat ein paar coole Sachen erschaffen, ja, muss man halt einfach mal festhalten. Ja, ich mag viele Filme von ihm, nicht alles, also manche Gags zünden irgendwie, haben schon damals bei mir nicht gezündet, aber ja, das ist eben so. Also früher hat es meinen Humor getroffen, ja, wenn ich gerade an Spaceballs denke, so als Kind, das war schon, fand ich schon witzig. Durchkämmt die Wüste und die laufen mit einem riesigen Kamm durch den Sand. Ja, allein schon dieses Möge der Saft mit dir sein und dann, ach Gott, das ist so schrullig einfach. Lord Helmchen alleine. Oh ja, Lord Helmchen ist super. Ja, was ich auch von ihm mochte, kein Sci-Fi, aber ich will es einfach mal erwähnen, das war Robin Hood, Männer in Strumpfhosen. Fand ich auch mega gut, ja, hab ich auch gerne gesehen. Ob ich mir heute noch angucke, weiß ich nicht. Hast du eins der Filme vor kurzem mal wieder gesehen oder so? Nee, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich will das auch gar nicht, weil ich da eigentlich, ja, das ist halt so dieses Nostalgie-Thema. Ich erinnere mich da halt so gerne als Kind dran, weil gerade auch Spaceballs, ich weiß nicht, habe ich als Jugendlicher irgendwann zuletzt mal gesehen und ich möchte es eigentlich gerne so in Erinnerung behalten, auch mit diesem Gefühl, das ich hatte. Und das ist ja leider oftmals so, wenn dann was schlecht altert, schaust du es dir im Erwachsenenalter nochmal an und dann ist es halt nicht mehr so cool. Ja. Das möchte ich da eigentlich vermeiden. Das ist mir leider schon ein paar Mal passiert, also gerade bei Zeichentrickserien, die ich als Kind gemacht habe. Disney Plus hat ja den Vorteil, dass du da wirklich einige Sachen gucken kannst, die man von früher kennt. Ja. Und dann habe ich mal eine Folge jeweils gesehen und war super enttäuscht und dachte mir, naja, es ist als Kind cooler. Ja, ist auch wirklich so. Ich weiß, ich habe mal, das ist aber auch schon wieder lange her, es ist auch kein Sci-Fi, aber jetzt sind wir gerade dabei, Mila Superstar fand ich als Kind voll toll. Ich auch. Ich kann das bis heute noch singen. Und habe ich mir dann irgendwann, waren das auch schon wieder 15 Jahre her oder so, mir dann halt nochmal angeschaut, ein paar Folgen und ja, macht sowas nicht. Haltet es einfach in Erinnerung. Ist besser. Ja, das ist auch, wenn man jetzt halt nochmal mit Dragon Ball und Dragon Ball Z anfängt. Ich liebe die Serien, ich habe die so gemocht, aber das Pacing, dieses langsame Erzählen, wo wirklich minutenlang nichts passiert und du nur die inneren Gedanken hörst, die sich auch ständig wiederholen. Und ich denke mir, fangt an zu kämpfen. Ja, aber ich glaube, das ist, kenne ich aber von einigen Animes einfach, dieses Pacing. Kann sein, ja. Also da gibt es ja oftmals Serien, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Minute irgendeine Szenerie gezeigt wird. Ich glaube, das ist so ein, oder? Vielleicht täusche ich mich aber auch. Ich meine aber, das wäre so ein Anime-Ding. Ne, das stimmt. Ja, das ist so ein Anime-Ding. Wobei ich halt, also ich habe mal auch gehört, dass ja die, also Dragon Ball basiert ja auch auf den Comics und dass die Geschichten halt einfach noch nicht fertig waren und die halt wirklich dann die Folgen langsamer inszeniert haben, um ja Zeit zu schinden, bis dann die Story geschrieben wurde. Ja, okay. Gut, kann ich auch verstehen. Aber gut. Ja, Mel Brooks, so. Genau. Zweite Sache und da bin ich echt am überlegen, ob wir die hinterher, wenn wir darüber gesprochen haben, rausschneiden, sodass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dann doch nicht hören. Und zwar hatte Dirk die Frage gestellt, natürlich für einen Freund, nicht für sich selbst, wie moralisch verwerflich ist es bei dem Beam-Vorgang, bei der weiblichen Besatzung, bei jedem Beam-Vorgang, einfach so ein ganz kleines bisschen halt die Brust zu vergrößern. Und so, dass es nicht auffällt, aber halt irgendwann dann wahrscheinlich schon. Wäre das okay oder ist das nicht okay? Also ich nehme mal an, dass er über eine Brustvergrößerung nachdenkt. Und ich glaube, sein Gedanke war, dass er für sich seine Brust vergrößern könnte, oder? Das war bestimmt so der Hintergedanke. Wie gesagt, das war für einen Freund und das glaube ich. Also du sagst, der Freund möchte gern das in Anspruch nehmen. Ja, ich weiß nicht, was ich da drauf antworten soll, weil ich glaube, jede Antwort ist falsch. Weil entweder sind wir jetzt humorlos oder wir sind halt so Boomer. Also eigentlich egal, in welche Richtung du jetzt gehst, du hast nur verloren. Dann lass uns doch in beide Richtungen gehen. Dann gleicht sich das bestimmt wieder aus. Oder wir tun so, als wären wir gar nicht in irgendeine Richtung gegangen. Ja, ich denke gerade noch darüber nach, ob ich das verwerflich finden würde. Sagen wir mal so, wenn eine Frau vor dem Transporter steht und sagt, hey, können wir da nicht mal so, ich hätte gerne ein paar größere Möpsis. Können wir da nicht was machen? So Stück für Stück. Dann ist es ja völlig okay, ja? Es gibt eine Person, die sagt, sie möchte etwas größere Brüste haben, dann ist es ja absolut nicht verwerflich. Wenn jetzt aber der Mann daneben steht und die Frau weiß nichts davon und er macht das, weil er bei seiner Frau größere Brüste haben möchte, dann fände ich es verwerflich. Hm, verstehe. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Ich bin jetzt einfach mal analytisch vorgegangen, ja? Vielleicht hilft das ja bei dem Thema. Aber ich habe deine Antwort noch nicht. Oh, achso. Ja, ich habe tatsächlich da mal eine Antwort formuliert. Ich lese einfach mal vor. Die Frage für deinen guten Freund. Ich glaube, bei der Beantwortung muss man das Verhältnis zwischen potenziellen Rückenproblemen mit dem optisch interessanten Materialgewinn unter Berücksichtigung des Balanceverlusts, wenn die Masse tatsächlich von hinten weggenommen wird. Das war nämlich der Vorschlag, dass man die Masse quasi vom Po nimmt. Errechnen. Bewegt sich dieses Verhältnis innerhalb medizinisch vertretbarer Parameter, sollte es auch moralisch integer sein. Okay. Ja, dann ist meine Antwort ja richtig lausig. Sie nicht zuerst vorlesen können? Das können wir ja dann alles so schneiden. Ja, ja. Das machen wir nicht. Nein, aber als ich das meiner Freundin vorgelesen habe, meinte sie, ach und die Meinung der Frau ist wohl egal. Es ist jetzt halt das Problem, dass keine Frau dabei ist. Also jetzt dürfen sich ja gerne nochmal jetzt Frauen melden und ihre Sichtweise darlegen, schildern. Völlig okay. Okay, wir lesen uns das gerne durch. Wir bilden uns gerne eine weitere Meinung, wie auch immer. Ich glaube, wir lassen das Thema jetzt. Wir können auch gerne zu was Ernstes übergehen. Er hat nämlich wirklich richtig krasse Sachen da reingeschrieben. In den Kommentaren würde ich nachdenken. Musst du zum Beispiel angenommen, du hast, also ein Beam-Vorgang ist ja quasi ein Scan, wo die Person halt komplett gescannt wird, wird digitalisiert und dann wird sie später wieder materialisiert. Und wäre es nicht sinnvoll, gerade bei sowas wie Voyager, ein Sicherheitsbackup zu erstellen, dass, falls der Käpt'n ausfällt, dass man den dann halt einfach neu materialisieren lassen könnte oder den Schiffsarzt? Das Problem bei diesem Gedanken ist ja, dass man hier den Heisenberg-Kompensator aus der Star Trek-Welt weglässt. Und der Heisenberg-Kompensator sorgt ja dafür, dass Materie in Energie und wieder in Materie umgewandelt wird. Also in der Star Trek-Welt ist es ja so, dass du nicht einfach nur eine Kopie erstellst, sondern du wandelst ja Materie um. Umgewandelte wird dann wieder umgewandelt. Also so wie du das gerade vorgelesen hast, ist ja der Gedanke, dass eine Kopie von einem erstellt wird, dann wirst du vernichtet und die neue Kopie wird erstellt, also dann rematerialisiert. Aber so ist es ja anscheinend nicht in dieser Welt. Deshalb kann man rein theoretisch, ich weiß, da gibt es jetzt natürlich auch Folgen aus Star Trek, die dem Ganzen so ein bisschen widersprechen, aber streng genommen darf das nicht passieren, dass es zwei Exemplare von einer Person gibt, weil es eine Energieumwandlung, also weil eine Energieumwandlung stattfindet. Keine Kopie. Das mit der Energieumwandlung schlägt das natürlich, das stimmt. Manche Folgen widersprechen dem ganz klar. Also es gibt ja so ein paar Folgen, wo dann doch irgendwie halt so der Transporterpuffer noch genutzt werden kann oder weil halt dann die Informationen dazwischen gespeichert sind und das nicht einfach nur die direkte Energieumwandlung ist. Was ich mir immer so gedacht habe, ist, es gibt doch so diese Theorie davon, von der Einzigartigkeit eines Individuums, also das halt anders, ich fange nochmal neu an, als die Transportertechnologie in Star Trek quasi entwickelt worden ist. Da wurde ja so manchmal gesagt von Fans, ja, aber ist das dann nicht so, dass das eigentliche Ich stirbt und es wird halt ein neues Ich materialisiert? Also ist der Beam-Vorgang nicht eigentlich halt immer wieder so ein neuer Tod? Und da habe ich dann mal als Erklärung gelesen, dass es halt darum geht, dass du als Individuum halt immer nur einmal vorkommst. Und wenn du vorkommst, dann kommst du vor. Das bedeutet, auch wenn du dematerialisiert wirst, in dem Moment, wo du wieder als du selbst mit komplett diesen Eigenschaften materialisierst, dann ist auch dein Bewusstsein, dein ursprüngliches Bewusstsein wieder dort. Das ist ja das, was ich gerade auch meinte. Das ist ja dieser geheimnisvolle Heisenberg-Kompensator, der dann ins Spiel kommt, der das ermöglicht, dass du die Person bleibst, die du warst oder da wieder bist. Der kann natürlich nicht erklärt werden, weil es den Ich gibt und weil das halt einfach nur da ist, damit man sowas hier grob erklären kann. Aber das ist genau der Gedanke. Okay. Es gibt übrigens ein richtig tolles Computerspiel, was sich mit dieser Thematik beschäftigt. Das nennt sich Soma. Kennst du das? Sagt dir das was? Mir sagt Soma was, aber ich habe ja nie gespielt. Nee. Okay. Die Macher haben jahrelang daran gearbeitet, dass sie ihr größtes Baby. Die haben auch noch so ein paar andere Spiele gemacht, so eine ganze Spielereihe. Darum sollte es gar nicht gehen. In Soma ist halt so der Gedanke, dass quasi ein synthetisches Du gebaut wird. Es werden quasi die ganzen Sachen, also du wirst komplett gescannt und alles, was dich ausmacht, wird dann halt in der digitalen Welt nachgebaut. Ja. Und wenn in dem Moment, wo du quasi dein digitales Ich einschaltest, wenn du kurz vorher dein physisches Ich zerstörst, also tötest, dann wird dein Bewusstsein automatisch, aufgrund der Tatsache, dass es dich halt genau einmal gibt, sozusagen, in diesen digitalen Selbst übergehen. Okay. Ja, völlig wilder Gedanke, aber irgendwie interessant, darüber mal nachzudenken. Also der Gedanke ergibt halt nur auf quantenmechanischer Ebene Sinn. Ja. Dass dein Ich quasi dort dann wieder zum Tragen kommt, weil es halt genau ist wie du, sozusagen. Und halt, indem man lebt und in dem Zeit vergeht, verändert sich ja dein Ich aufgrund von Erfahrungen und so weiter. Also du bist ja nicht mehr der Alex wie vor 20 Jahren. Ja. Du hast wahrscheinlich andere Ansichten in einigen Sachen und bist klüger geworden, hoffentlich. Auf jeden Fall. Genau, dass solche Dinge. Ja. Aber wenn halt nur so ein Sekundenbruchteil dazwischen liegt, dann ist das Ich trotzdem, hat sich das nicht so sehr verändert, sodass es immer noch dieses eine Ich ist und dann ist dann quasi dieser Übergang gewährleistet. Das ist so der Gedanke in dem Spiel. Ist auch kein Spoiler, weil das so der Grundgedanke halt, dem dann rumgedacht wird. Das ist interessant. Ich habe ja sowieso, ja, bei der ganzen Beam-Geschichte habe ich ja auch immer genau diesen Gedanken, über den wir die ganze Zeit sprechen, ist, dass wenn du halt dematerialisiert wirst, dann wirst du ja, du wirst ja einfach gedrückt. Und tötet. Also du, das bist ja nicht mehr du. Ja, das ist, also das spukt halt schon immer, seit ich, seit es Transporter gibt, also seit ich Transporter kennengelernt habe in Science Fiction, werde ich diesen Gedanken auch nicht los. Auf Quantenebene, ja, vielleicht funktioniert da irgendwas. Dazu müsste man natürlich auch feststellen, was ist denn, also was ist, was macht denn mich aus? Sind das wirklich nur Prozesse in meinem Hirn? Also Synapsen, die auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren? Oder ist es mehr? Ja, ich bin jetzt kein sehr spiritueller Mensch, aber ich weiß ja nicht, was es noch so geben könnte. Mit diesem Gedanken struggelt man dann immer, wenn man an so Beam denkt, weil, ich weiß nicht, ich werde den Gedanken halt nicht los, sobald ich zersetzt werde, bin ich halt tot. Und wenn dann noch was anderes wieder zusammengesetzt wird, dann bin es doch nicht mehr ich. Das macht mich so ein bisschen fertig, wenn ich darüber nachdenke. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man mein Ich transportieren könnte. Aber vielleicht auch, weil ich nicht weiß, was Ich bedeutet, also vollumfänglich. Das ist schwierig. Das vielleicht auch noch so als kleine Hintergrundinfo, ihr hört einen Podcast von zwei Leuten, die sind keine Physiker. Ja, das ist richtig, also da müsst ihr ein bisschen Nachsicht haben, das ist richtig. Genau, wenn Physiker unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sind, dann bitte gern her mit Informationen, wenn ihr da irgendwas wisst. Also ich gucke natürlich immer total gern solche Dokumentationen und verstehe dann immer nur die Hälfte. Zum Beispiel, wenn halt auf, wenn so Partikel quasi gebeamt werden, irgendwie hatte ich da mal was gesehen, dass da quasi dann der Partikelzustand des Transportierten oder Teleportierten, ist auch noch so eine Sache, was sagt man nun? Ist das der Transporter oder der Teleporter? Ich glaube, es wird in Star Trek falsch genannt. Ja, dass dann der Zustand quasi hergestellt wird und das ist dann der Beam-Vorgang. Finde ich super interessant, aber die Physik dahinter ist dann für mich dann doch zu hoch. Ja, also aus meinem Laienkopf könnte ich mir natürlich vorstellen, also ich, das ist jetzt natürlich voll das Halbwissen, aber so was in meinem Kopf rumschwirrt ist, wenn auf Quantenebene es möglich ist, wie sagt man dann Partikel oder sind es Elemente? Teilchen. Teilchen, okay, Teilchen ist vielleicht das richtige Wort. Wenn Teilchen vielleicht auf Quantenebene von jetzt auf nachher woanders sein können, das scheint ja so zu sein, das scheint ja möglich zu sein irgendwie, wird ja schon mal sowas in der Richtung irgendwie experimentiert. Und wenn das natürlich mit jedem Teilchen möglich ist von einem Körper, ja dann kann natürlich Teleportation schon irgendwie funktionieren, aber das muss ja so unfassbar komplex sein und schwierig und es müsste ja so schnell stattfinden, ja da platzt mein Hirn, wenn ich darüber nachdenke. Was mir auch manchmal so beim Teleportieren durch den Kopf geht, ist, warum wird die Kleidung mit teleportiert? Die ist doch gar kein Bestandteil von mir selbst. Ja genau, und was genau wird eigentlich alles, also wie wird überhaupt festgelegt, was denn um mich rum teleportiert wird? Ja genau, ja, es müsste, ja richtig. Weil es bin ja, also gut ich, Kleidung, gut, da könnte man sagen, ja, alles was so und so viele Zentimeter um mich rumschwirrt, wird halt noch mit teleportiert, so ist es dann wahrscheinlich, oder? Tja, also ich weiß nicht, das ist irgendwie auch so ein bisschen willkürlich. Wenn in Star Trek 4 zum Beispiel die Wale teleportiert werden, dann werden die mitsamt des Wassers teleportiert, aber wenn jemand anderes irgendwie ins Wasser gefallen ist und wird rausgebeamt, dann wird der ohne das Wasser teleportiert oder wenn der sich in einem giftigen Gas befindet, ich meine die Luft wird auch nicht mehr teleportiert, ist irgendwie ein bisschen willkürlich. Ja, da haben sie glaube ich nicht ganz so im Detail gedacht. Und was ich auch willkürlich finde, das ist mir jedes Mal schon als Kind so durch den Kopf gegangen, wenn das Außenteam gesagt hat, zwei Personen hochbeam oder drei Personen. Und es ist irgendwie zum Beispiel eine Person dazugekommen, so ein Einheimischer quasi von dem Planeten und es heißt dann, ja, dieses Mal vier Personen hochbeam. Woher weiß denn der Transporter-Chief, wer denn nun gemeint ist? Also gerade wenn irgendwie aus einer Gruppe von fünf Leuten und es heißt drei Personen hochbeam. Ja, wer? Ja, du, das sind Menschen aus der Zukunft, die wissen das einfach. Die kennen halt ihre Captains und so und die wissen das. Sie können hell sehen. Nein, keine Ahnung. Verstehe ich schon. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Ja, das ist so eine Kleinigkeit. Ich meine, es hat schneller erzählt, als wenn der Käpt'n oder der Außendienstchef halt sagt, ja, mich hochbeam, dann der, der im 45-Grad-Winkel mir gegenübersteht. Das wird es wahrscheinlich auch einfach sein. Ja, einfach für eine flüssige Erzählweise. Aber ja, wenn man dann so, das ist ja mit vielen Sachen so, man fängt dann an, drüber nachzudenken. Wenn man zu viel drüber nachdenkt, dann fallen einem einfach zu viele Ungereimtheiten auf. Das darf man gar nicht so machen. Ja, das stimmt. Der Transporter-Beam ist ja eigentlich auch so ein Hilfsmittel gewesen, um zu sagen, wir sparen jetzt Budget und machen das halt ganz einfach. Und aus dieser einfachen Sache, also deswegen ist da wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel Hintergrund, Recherche oder halt so Gedanken, also Hirnschmalz hineingeflossen, wie das jetzt genau funktionieren kann. Sondern es ist halt einfach ein narratives Behelfsmittel. Und wir machen uns jetzt die großen Gedanken, die sich halt am Anfang nicht gemacht worden sind. Ja. Und wenn ihr Gedanken dazu habt, das wäre wirklich super interessant. Also wenn ihr irgendwie wisst, wie könnte Teleportation funktionieren, wie ist das mit dem, was Alex sagte, dass man dann tot ist quasi, schreibt dazu gern was, denn ich finde das super spannend, das Thema. Teleportiert eure Gedanken in unsere Kommentarschweite. Ah, das hast du schön gesagt. Ach ja. Ja, ich glaube, du hattest noch ein anderes Thema, über das du sprechen wolltest. Stimmt, ja, das wollte ich unbedingt nur ansprechen. Denn quasi heute, an diesem Donnerstag, an dem fleißige Hörer und Hörerinnen das hören, ist ja morgen die FEDCON. Da wollte ich einfach nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil ich mich da tierisch drauf freue. Ja, und ich dich beneide. Du hättest ja auch kommen können. Ach so, stimmt, ja. Na gut, dann beneide ich dich nicht. Okay. Dann ärgere ich mich nur. Ist jetzt auch nicht besser, aber egal, wie auch immer, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die FEDCON, weil das letzte Jahr mit meiner Freundin zum ersten Mal dort, aber es hat gleich so geflasht, es war gleich so toll, dass wir sofort danach dann auch die neuen Tickets gebucht haben für dieses Jahr und jetzt ist es schon wieder so weit, wahnsinnig schnell ein Jahr vorbeigeht. Du warst doch letztes Jahr auch Redner, du hattest dann ja, glaube ich, so einen TORG hochgeladen. Das war auf der Comic-Con davor in Dortmund. Verwechselt. Ja, genau, da war ich eingeladen, mal ausnahmsweise, und durfte da auch ein bisschen was labern. Tja, aber trotzdem, auf der FEDCON letztes Jahr, es war schon ganz witzig, dass einen trotzdem so manche Personen kannten, trotz, dass der Kanal jetzt nicht so groß ist, aber es gibt so einige, die dann dort waren, die einen auch mal so kurz angesprochen haben. Hey, du bist doch der Alex und bla. Fand ich irgendwie nett. Und insbesondere freue ich mich wieder auf die ganzen Panels. Es gibt ja immer Panels, wo dann die Stars und Sternchen reden und es gibt ja ganz viele Star-Gäste. Dieses Jahr ist es sehr, sagen wir mal, Orville-lastig. Oh, cool. Es sind ganz viele von Orville da, aber nicht nur. Zum Beispiel auch Tilly, ja, Mary Weiss, meine Star, also Discovery. Robert Picardo ist wieder dabei. Cool. Anthony Rapp, weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht, das auch aus Discovery. Das ist auch dabei. Ja, wie gesagt, ganz viel aus Orville. Die Nicole de Boer. Das ist die Dex, nicht die Jetseer, sondern die Esri-Dex ist zum Beispiel auch dabei. Michael Dorn, Worf. Und Christina Chong ist auch wieder da. Anson Mount, der Pike spielt. Boah, ich und Namen, das ist schwierig für mich. Ich muss das erst mal. Und Todd Stashwick ist auch dabei. Der ja in Star Trek PK hier. Wie hieß er denn nochmal hier in PK Staffel 3? Das war der andere Käpt'n, der dann gestorben ist. Wie hieß er denn nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ja, ich auch. Echt verrückt. Dabei fand ich den eigentlich ziemlich cool. Ja, der war auch ziemlich cool. Naja, auf jeden Fall. Es sind so ein paar Stars und Sternchen wieder dabei und da freue ich mich natürlich drauf. Und mich würde natürlich interessieren, auch wenn dann heute Donnerstag ist, wenn die Folge kommt, ob denn irgendjemand der Zuhörer, der Zuhörerin auch da ist. Würde mich mal interessieren. Würde mich freuen, wenn er da mal schreibt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß, weil du gesagt hast, du hast da auch Leute getroffen, die dich kannten. Das ist echt verrückt, aber es ist wahrscheinlich so die Bubble, in der wir uns bewegen, ist halt auch so ein bisschen ein Dorf. Denn als wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, da habe ich vorher noch bei so einem anderen Star Trek YouTuber, war ich halt im Stream, also nicht selber im Stream, sondern nur im Chat. Und da habe ich den Karsten, der bei uns auch immer mit zuhört, gelesen. Und da haben wir uns auch kurz, da habe ich so gesagt, Mensch, verrückt. Weil YouTube ist halt auch so ein Dorf. Und das ist schon cool. Man sieht es da halt immer mal auch so, wenn man bei anderen YouTubern oder auch Twitch-Streamern da mal in den Chat geht oder in die Kommentare, da liest man dann halt doch auch so die Leute, die man schon kennt. Ja, ist halt wirklich so. Und ich würde mich natürlich, also wir könnten ja mal, wenn das mit unserem Podcast weiterhin so gut klappt, weiß ich, dass sich die Fettkauen-Macher auch immer sehr drüber freuen, wenn sie ihre Panels voll bekommen, auch so in den kleineren Räumen. Und vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr dort so einen Live-Podcast zu machen. Das wäre natürlich cool. Dann würden die Leute nämlich genau hören, was wir sonst immer so rausschneiden. Okay, vielleicht lassen wir es auch. Ja, nein, das lassen wir nicht. Das können wir wirklich gerne machen. Ja, das habe ich mir schon überlegt, ob das nicht mal was wäre, ob man das nicht mal einreichen könnte. Weil ich weiß, dass wir empfänglich für sowas sind. Das wäre eigentlich mal ganz witzig, glaube ich. Das wäre eine coole Idee. Ich hatte auch mit so einem anderen YouTuber oder so einer YouTuber-Gruppe, sage ich mal, da hatten wir überlegt, ob wir mal zusammen zum Weekend of Hell fahren und dort auch mal da quasi als Aussteller sozusagen, als YouTube-Aussteller da hingehen. Dann haben wir uns halt nur die Preise abgeschreckt. Da haben wir es erst mal gelassen. Okay. Aber so Fettkauen wäre schon cool. Also da hätte ich echt Lust drauf. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt im nächsten Jahr. Gucken wir natürlich erst mal, aber kann man sich immer am Hinterkopf behalten. Weil so ein Jahr, so wie ich es gerade schon gesagt habe, so ein Jahr vergeht halt brutal schnell. Das fällt mir immer wieder auf. Ich hatte jetzt ja auch Jubiläum gehabt und quasi zweijähriges Jubiläum meines YouTube-Kanals. Habe das gar nicht gefeiert. Das erste hatte ich ja noch so ein bisschen gefeiert. Aber das zweite Jahr ging so schnell rum, da bin ich da nicht dazu gekommen. Ich dachte mir, eine Woche später ist dann auch sinnlos und da habe ich es jetzt halt einfach bleiben lassen. Ja, ist ja nicht schlimm. Aber man freut sich ja trotzdem. Ist ja nicht so, dass man sich nicht freut. Nee, das stimmt. Auf jeden Fall. Gibt ja auch viele, viele, die ich so sehe, die halt anfangen und dann nach einem Jahr aufhören, nach zwei Jahren aufhören. Ja, hattes Business. Bussiness. Genau. Wir hatten ja auch mal versprochen, dass wir auf die ein oder anderen Kommentare eingehen. Heute ist das jetzt nicht so eine ganz kommentarmäßige Folge, aber ich würde mal noch so drei Kommentare gerne ansprechen wollen, über die ich nachgedacht habe. Und zwar der eine sagte, dass Battlestar Galactica natürlich ein gutes Beispiel dafür ist, für ein anderes Volk, was uns voraus ist und dann aber doch nicht. Ja. Also ohne jetzt zu spoilern. Und ich fand halt generell, dass Battlestar Galactica für viele Sachen eine echt gute Serie war. Reden wir jetzt von der Originalen? Nee, wir reden von der 2003er. Also von der... Der 2003er, okay. Ja, weil wir hatten ja das letzte Mal so das Thema gehabt, wie könnte denn halt so ein Volk sein, was halt einmal Raumfahrt betreiben könnte, also so ein Alienvolk, was mit uns Kontakt aufnimmt, was aber halt gar nicht so weit entwickelt ist, wie wir in mancherlei Hinsicht. Ja, ist richtig. Ich erinnere mich an die Telefone im Raumschiff. Kommunikation. Ich muss aber zugeben, bei Galactica bin ich relativ zeitig wieder ausgestiegen. Ich fand zum Beispiel die Pilotfolgen super. Also die haben mir richtig gut gefallen. Hm, ich weiß nicht, wie viele Staffeln hatten die eigentlich? Drei? Hm, ich dachte vier. Könnten auch vier sein, okay. Aber ich bin da relativ schnell wieder ausgestiegen, weil ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber es hat mich irgendwie nicht ganz so abgeholt. Schade. Also ich fand es echt cool. Es war eine tolle Serie. Du hast es komplett angesehen? Ich habe das komplett angesehen, ist aber halt jetzt auch schon ein Weichen her. Ja. Sodass nicht mehr alles präsent ist. Es ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Zeitfolge geht ja viel zu schnell. Ja. Aber war cool. Also es hat ja halt auch so Elemente gehabt, die ich halt sehr schätze. Also es hat immer mal auch einen Anspruch an Realismus gehabt. Aber ich habe dann auch gelesen, derjenige, der uns das geschrieben hat, meinte auch, dass das hinten raus, dass da auch so manche Ideen ihm dann auch nicht so gefallen haben. Genau. Da hat sie ihn dann auch verloren. Und du bist anscheinend nicht alleine. Nee, bin ich auch nicht. Da ging es anscheinend vielen so. Einer hat noch geschrieben, und das ist auf jeden Fall absolut treffend, dass wir anscheinend eine Podcast-Anomalie sind. Denn wir reden von verrückten Sachen, von ganz vielen Sachen, hatten die verschiedensten Themen schon, die sämtliche Sci-Fi-Sachen. Und haben vor allem auch über Bill & Ted gesprochen, die ja mit einer Telefonzelle durch die Zeit reisen. Aber wir haben noch nicht über die TARDIS gesprochen und Doctor Who. Ja, ich glaube, das hat zumindest aus meiner Sicht einen bestimmten Grund. Denn ich mag Doctor Who nicht. Zehn Abonnenten weniger. Ich muss es aber zugeben, das hat dann schon einen Grund. Wir können gerne eine Folge machen, in der du mir vorschwärmst, wie toll Doctor Who ist und was da alles drin vorkommt. Genau, wir können ja mal so ein gegensätzliches, also sowas machen, so ich erkläre dir, warum Doctor Who so gut ist. Und du sagst mir, warum ich im Unrecht liege. Ja, kann man mal probieren. Also du bist Fan von Doctor Who, oder wie? Ich bin nicht von allen Staffeln Fan und erst recht nicht unbedingt von den Sachen, die jetzt frisch auf Disney Plus rausgekommen sind. Aber ich mag halt viele der alten Doktoren. Also es ist ja eine sehr, sehr lang laufende Serie. Und es gibt einige Staffeln, die ich wirklich richtig, richtig toll finde, über die ich gerne reden möchte. Und dann halt auch welche, die ich gar nicht so toll finde. Also die Qualität schwankt extrem. Ja, okay, verstehe. Ja, ich habe ja auch nicht allzu viel gesehen. Ich weiß nur, es gibt diese komischen Roboter da. Die habe ich im Kopf. Die haben doch auch so einen komischen Namen, ne? Da leckreißen die, ja. Ja, nee, ich weiß nicht. Ist ja auch so, hat ja auch britische, wie der britischen Ursprung, ne? Genau. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder der Grund, weil ich habe so Probleme mit vielen Serien, die so dieses typische, auch diesen typischen britischen Humor mit drin haben. Hm. Die mag ich nicht. Hm. Mit denen kann ich nichts anfangen. Ich glaube, das ist so ein generelles Problem bei mir. Obwohl ich Mr. Bean zum Beispiel ganz cool finde. Und magst du die Sachen von Simon Peck, der den Scotty in den letzten Star Trek Filmen gespielt hat, so eine Cornetto Trilogie und sowas? Cornetto Trilogie? Also Hot Fuzz und Shaun of the Dead und so? Ja, habe ich nicht geguckt. Achso, okay. Ja, nee. Den mag ich sehr. Ich habe, weil du sagst britisch, ich habe gestern eine Serie komplett gebinged. Ja. Alle sieben Folgen hintereinander weg. Und zwar ist das auch eine britische Serie, die auf Netflix läuft. Die heißt Rentier Baby. Ist ganz neu. Okay. Ja, die habe ich, habe ich schon gesehen, aber noch nicht angeschaut. Absolute Empfehlung. Wirklich so eine tolle Serie. Also toll in Anführungsstrichen, denn die geht in die psychischen Abgründe von Menschen ganz, ganz tief hinein. Pathologisch meiner Meinung nach sehr korrekt. Ja. Also sehr präzise wiedergegeben, basiert auch auf einer wahren Geschichte. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so ähnlich passiert ist. Doch, dass es wirklich, also immer wenn du denkst, es geht nicht noch kränker, wird es noch verrückter. Okay. Das klingt eigentlich schon wieder interessant. Das ist wirklich eine tolle Serie. Und auch super gefilmt, super Schauspieler. Die beiden Hauptdarsteller, die sind der absolute Wahnsinn. Die tragen die Serie. Aber die Serie ist auch so, die ist top geschrieben. Alles, ja, hat mich sehr fasziniert. Sieben Folgen, wirklich gehen eine halbe Stunde jeweils. Also du bist relativ schnell durch. Ich, das als kleine Empfehlung. Okay, cool. Ja, schon ein paar Mal aufgetaucht. Jetzt habe ich ja noch einen Grund mehr. Ja. Mal anzumachen, genau. So, ich würde sagen, uns rennt die Zeit schon wieder davon. Ich habe sowieso ein bisschen das Gefühl, heute haben wir sehr viel, sehr viel in eine Folge gequetscht. So thematisch kann das sein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich denke auch, es wird ziemlich schwierig, da einen folgenden Namen zu finden, auch wenn ich für Teleportation bin. Ja, kannst du gerne machen. Ja, aber du sind den Namen endlich verwurschtelt. Yes. Oh Mann. Also ich würde sagen, jetzt zum Schluss machen wir noch ein kleines Quiz. Für die nächste Folge können wir gleich nochmal drüber quatschen, dass wir da vielleicht mal wieder etwas, mehr einen roten Faden reinbringen mit einem großen Thema. Ja, das können wir machen. Ich überlege gerade, ob ich diesen Film nehmen soll, aber es ist schwer. Oh Gott. Also du wirst ihn kennen, aber ich glaube, er ist schwer zu erraten. Wir probieren es trotzdem mal. Dann fange ich mal mit einer Frage an, die du nicht kommen siehst. Ist es denn ein Sci-Fi-Film? Ja. Cool. Ist der Film aus den letzten 20 Jahren? Aus den letzten 20 Jahren, ja. Ja. Ist es ein Mainstream-Film? Oh, das ist schwer. Ja, also ich beantworte es mal direkt. Es ist ein Kinofilm, auf jeden Fall. Nee, da musst du, glaube ich, noch andere Fragen stellen. Ich kann es nicht, er ist schon irgendwie Mainstream, also er wurde auch so verkauft, glaube ich. Aber ob er wirklich so Mainstream ist, weiß ich nicht. Mhm. Ja. Ist der Name dieses Films schon mal in dem Podcast Sci-Fi, S-A-I-F-A-I, gefallen? Ich glaube wirklich noch gar nicht. Oh, das schließt schon mal eine ganze Menge aus. Also ich glaube nicht. Mhm. Also wir haben zumindest nie, bisher noch nicht so direkt darüber geredet. Glaube ich nicht, nee. Okay. Ha. Spielt der Film auf der Erde? Das ist, glaube ich, schon auf der Erde, oder? Ja. Ja, doch. Doch, das ist die Erde, ja. Okay. Dass du das nicht... Nicht so... Ja, das war so kurz. Okay. Gibt es einen männlichen Helden? Held? Also es gibt eine männliche Hauptperson, ja. Okay. Aber die ist nicht unbedingt ein Held? Nee, so richtig Held, glaube ich. Also Held, wie man sich Held vorstellt, nicht. Okay. Spielt es in unserer Zeit? Ja und nein. Okay. Das ist jetzt eine gute Antwort für den Film. Okay. Spielt es in einer parallelen Dimension? Nein. Nein. Kommt eine Zeitreise im Film vor? Das ist keine Zeitreise in dem Sinne, nee. Okay. Keine Zeitreise. Aber unsere Welt wird irgendwie so verändert, dass wir in unserer Zeit in einer anderen Epoche quasi sind. Ja. Ah. Habe ich jetzt die Frage richtig verstanden? Ich lasse nicht auf eine falsche Fährtelocke. Aber Epochen ist ein gutes Stichwort. Ah. Okay. Ähm. Spielen bekannte Schauspieler mit, die jeder kennt? Ja. Ja. Okay. Gut. Ist es von einem bekannten Regisseur, den auch jeder kennt? Fragst du den Falschen? Ich, wobei, sind das nicht die? Achso. Ich glaube, ich muss es mal mit Ja beantworten. Okay. Ja doch, das sind doch die. Ja. Ah. Gibt ja sogar einen Bonus-Tipps in zwei. Oh, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Über den hatte ich nämlich mal gesprochen. Echt? In einem, also nicht in unserem Podcast, deswegen, ja, in einem unserer, in einem meiner Videos. Sind das, genau, das sind zwei Leute, die machen, also die Regisseure, die, die haben schon so ein paar krasse Filme gemacht, sind auf Festivals, glaube ich, auch ganz populär, bin ich, gehe ich da in die richtige Richtung? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Krasse Filme, würde ich schon sagen, ja. Okay. Okay, pass auf. Ich, ich, ich wage jetzt einfach mal einen Wild Guest. Vielleicht habe ich ja Glück und ist gleich ein Treffer. Ist es die Endless? Nein. Das ist ja schade. Hm. Äh, aber vielleicht von den gleichen Machern? Ach so. Nee, warte mal. Du meinst vielleicht, ja, genau, jetzt glaube ich, ist es Everything, Everywhere, All at Once? Nein. Nein. Weil das sind ja auch zwei, die das, glaube ich, gemacht haben. Du kannst ja mal fragen nach den Namen. Okay, genau, dann frage ich mal nach den Namen. Sind es Justin Benson und Aaron Moorhead? Nein. Okay. Schade, und ich hatte mich schon so sehr gefreut, dass das die sein könnten, weil das, was du gesagt hast, hat halt auch voll gepasst auf den Film von denen. Okay. Ist es, sind es Daniel Kwan und Daniel Scheinert? Nein. Auch nicht? Es sind, äh, also ich habe jetzt bewusst gleich zwei gesagt, weil die den gleichen Nachnamen haben. Sind es die Vekowskis? Ja. Oh, da kommen wir der Sache doch schon näher. Ja, das war jetzt ein, das war jetzt ein Easy-Tipp hier. Ja, danke, das war es tatsächlich. Also für dich zumindest, ich wäre wieder eh nicht auf die Namen gekommen, aber du schon. Ist es denn Cloud Atlas? Ja. Ha, krass. Genau. Da hast du einen coolen Film. Ja, klar, auf jeden Fall Mainstream, würde ich sagen. Ja, Topmen Hanks. Ja, aber ich, ja, da habe ich so ein bisschen gestruggelt, weil in der breiten Masse ist er nicht so richtig angekommen, finde ich. Weiß nicht, ob er zu kompliziert für die meisten Leute ist. Weiß es nicht. Aber ich fand ihn gut. Ja, mir hat er auch sehr gefallen. Fand auch die Idee einfach geil. Das war die Zeit, als die Vekowskis noch echt cool waren. Ich finde, mit dem nächsten Film, den sie dann gemacht haben, da ging es dann bergab, Jupiter Ascending. Ja, den fand ich, oh, da habe ich mir so viel von erhofft, ne? Als da die Trailer kamen, oh, da habe ich mich so gefreut, wieder auf so einen richtig schönen, tollen Kino-Sci-Fi-Blockbuster und da war einfach so langweilig. Ich hatte gehofft, das wird nochmal so ein Star Wars, ein neues in unserer Zeit. Ja. Ja, wird es leider nicht. Genau. War ja auch ein Riesenflop, glaube ich, auch so finanziell. Da bin ich mir nicht sicher, aber er kam nicht gut an, ne. Er war halt auch nichts Besonderes, also wirklich nicht. Nee, nee, gar nicht. Die Story war lahm und hier und da sah es ja ganz nett aus, aber das reicht halt nicht. Das hatte einfach nichts. Das ist wie mit Rebel Moon 2, ich habe mir den gestern angeguckt. Der lief dann ab der Hälfte nur noch so nebenbei, weil ich habe auch gar nicht mehr so richtig geblickt, was der Film von mir will. Wirklich, ich weiß nicht. Der gute Robert hat uns in die Kommentare geschrieben, eigentlich kommentiere ich ja nicht, wenn ich noch nicht fertig gehört habe, aber ich muss jetzt einfach mal loswerden. Wenn Rebel Moon 2 war und das müsste ich jetzt verpiepen. Er hat auch nichts Besonderes geschrieben, aber fand es halt wirklich furchtbar. Nein, für das Budget, was dieser Film hat, ist er einfach grottenschlecht und Rebel Moon 2 war jetzt noch deutlich schlimmerer als der erste Teil, finde ich. Das sagen so viele. Also ich habe halt den Film ja nicht gesehen, sondern nur ein paar Kritiken dazu geguckt und die waren alle durch die Bank weg vernichtend. Ich sage ja, normalerweise schaut euch selbst einen Film an und bildet eure eigene Meinung. Aber in diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, spart euch die Zeit und schaut euch irgendeinen schönen Film an. Ganz ehrlich, diese zwei Teile, die haben nichts. Ja, es macht einfach keinen Spaß. Das ist einfach nichts. Hatten wir ja schon, dass der, ja genau, dass Zack Snyder, ich finde es schade, dass er seinen Ruf halt jetzt so kaputt gemacht hat. Weil guter Regisseur ist es ja eigentlich. Er kann es ja eigentlich, aber halt nur Regie, Drehbücher sind nicht seine Stärke. Davon sollte er halt einfach mal die Finger lassen. Ja. Ich meine, man muss ja auch nicht alles können, also das ist doch vollkommen okay. Ja, genau. Warum bleibt er nicht bei dem, was er gut kann und in Verbindung mit jemand anderem, der das andere gut kann und dann schlups, hat man wieder den nächsten geilen Film. Es gibt Leute, die können super singen, aber sie sollten halt keine Texte und keine Melodien schreiben und das ist absolut in Ordnung. Ja, sehe ich ganz genau so. Ist halt echt schade. Aber ich, ja, weil ich den jetzt auch nochmal aktuell gesehen habe, habe ich gedacht, schneide ich mal noch kurz an, dass der absolut auch wirklich nichts war. Und ich bin ja wirklich jemand, der sich viel ansehen kann und auch über vieles hinwegsehen kann und einfach auch mal das Hirn abschaltet und dann einfach mal den Film sich anschaut. Das kann ich durchaus. Das habe ich hier auch probiert, aber es hat nichts gebracht. Und wenn das schon nichts mehr bringt, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, schade. Ich hoffe, er findet nochmal wieder den Weg, dass er einen guten Drehbuchautor bekommt oder einen guten Stoff halt irgendwie als Grundlage hat, was er dann umsetzen kann. So das nächste 300 quasi. Das wäre toll. Ich hoffe, dass der jetzt nicht komplett verloren ist und in die Versenkung verschwindet, weil eigentlich hat er es ja drauf. Wir werden sehen. Die Zukunft wird es uns zeigen. Genau, das unentdeckte Land. So sieht es aus. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß dann auf der FatCon. Berichte bitte gerne. Ja, ich gebe mir Mühe, da auch was aufzunehmen und vielleicht auch so hier und da ein paar Shorts einfach gleich rauszuhauen. So Eindrücke mal ein bisschen rausdingsen. Was ich auch cool fand, war, dass du ja auch mal aus dem Auto quasi so direkt oder aus dem Hotelzimmer mal so ein paar Eindrücke gegeben hast beim letzten Mal. Genau so ungefähr habe ich es auch wieder vor. Das letzte Mal war ja wirklich so, dass ich, ich wollte eigentlich viel mehr machen und aufnehmen und daraus was machen, als es mir dann gelungen ist, weil einfach das Material dann nicht gut genug war. Ich gehe das dieses Jahr ein bisschen anders an und ein bisschen einfacher, sodass dann, ja, wie gesagt, auch zwischendurch einfach mal so ein Eindruck gewonnen werden kann. Dann einfach mal ein Short raushauen oder so. Oder dann abends einfach sich mal kurz noch hinsetzen. Das habe ich ja letztes Jahr auch gemacht. Einfach mal kurz über den Tag berichten, was so passiert ist. Das werde ich, glaube ich, schon machen. Das geht auch relativ einfach und schnell. Freue ich mich drauf. Das ist schön. Ja, dann, die Zeit ist heute gefühlt noch mehr am Rasen gewesen als sonst. Ich weiß auch nicht, warum. Hoffentlich finden wir irgendwann mal noch die Technologie, dass wir das verlangsamen können, dass wir ein Thema mal so richtig schön durchsprechen können und dann trotzdem nur eine Dreiviertelstunde vorbei ist. Ja, okay. Wie schon gesagt, vorhin mal kurz angekratzt. Wir gucken mal, dass wir das nächste Mal einfach wieder ein gutes Hauptthema finden, dass wir ein bisschen ausschlachten können, weil die Zeit ist halt echt immer knapp. Na gut, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wünsche ich dir auch. Und den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch, beziehungsweise eure Woche ist ja schon stark angeknackst. Es ist ja jetzt quasi Donnerstag. Auch so eine Zeitreise. Ja. So ein Podcast. Naja. Das ist richtig. Dann viel Spaß da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Macht's gut.